Ja, moin Leute, willkommen hier auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Final Fantasy 7 Remake Update Video. Die meisten von euch, inklusive mir, können es eigentlich nicht erwarten, endlich den Release von Final Fantasy 7 zu erleben. Leider wurde der Release vom 3. März auf den 10. April verschoben. Es wird auch begründet von offizieller Seite. Ich kann euch das hier in Deutsch auch gerne mal einblenden und euch vorlesen. Wir wissen, dass sich so viele von euch auf die Veröffentlichung von Final Fantasy 7, dem Remake, freuen und dass ihr geduldig darauf gewartet habt, das Ergebnis unserer Arbeit zu erleben. Um sicherzustellen, dass wir ein Spiel abliefern, welches unsere Version und der Qualität, die unsere wartenden Fans verdient haben, entspricht, haben wir beschlossen, das Erscheinungsdatum auf den 10. April 2020 zu verschieben. Wir treffen diese schwierige Entscheidung, damit wir einige zusätzliche Wochen haben, um dem Spiel den letzten Schliff zu verpassen. Und euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams bei euch allen entschuldigen, da ich weiß, dass dies bedeutet, ihr müsst etwas länger auf das Spiel warten. Das Einzige, was mich jetzt eigentlich daran so ein bisschen stört, dass es verschoben wurde, ist, es wird viele. Und da bin ich nicht der Einzige geben, die garantiert 2020 ihren Urlaubsplan ein bisschen nach diesem Spiel gerichtet haben. Da bin ich felsenfester Überzeugung. Das ist ein bisschen schade, ansonsten kann ich lieber damit leben, ein fertiges, vernünftiges, fehlerfreies Spiel zu haben, als dass wir, wenn wir es dann doch am 3. März bekommen hätten, das Spiel voller Fehler wäre. Deswegen lasst euch auch gerne mal in den Kommentaren aus, ob ihr damit leben könnt oder nicht. Aber ich denke, die meisten werden auf meiner Seite sein. Jetzt haben wir so lange auf dieses Remake gewartet, die paar Wochen machen es jetzt auch nicht. Vor allem möchte ich jetzt noch betonen, bevor das Video gleich zu Ende ist, sollte es in den nächsten Tagen und Wochen nochmal Informationen zum Remake geben, abonniert gerne meinen Kanal. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Vor allen Dingen möchte ich natürlich für meinen Kanal auch Werbung machen. Sobald das Spiel nämlich draußen ist, wird es auf diesem Kanal definitiv ein komplettes Let's Play für dieses Spiel geben, auf was ich mich sehr freue. Ich bin ein absoluter Final Fantasy 7. Wie habe ich es jetzt gesagt? Ich bin auf jeden Fall ein absoluter Fan von Final Fantasy 7, der ersten Stunde, seitdem es 97 auf der PS1 rauskam. Also ihr könnt euch sicher sein, dass ich mich mit dem Spiel auch definitiv sehr, sehr gut auskenne. Deswegen würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben für dieses Video freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr mich dabei unterstützt, mein Let's Play euch reinzieht. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Wie gesagt, erfüllt die Kommentarsektion ein bisschen, ob ihr damit leben könnt. Wir müssen sowieso damit leben. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.